Nun hört mal der Geschichte zu, die wir euch hier erzählen. Von einem Boot, der Mannschaft und fünf Passagieren. Auf der Brücke sind Gilligan und der Skipper seit an seit. Ein schlimmer Sturm trieb uns aufs Meer ganz weit. Als Schiffbrüchige waren wir gestrandet auf einer einsamen Insel gelandet. Gilligan und Skipper, der Millionär mit seiner Frau. Der Filmster, der Professor und Mary Ann. Ihr kennt sie bald genau. Die Wesen, die wir fanden und Rätsel noch und noch. Geheimnisvoll und fremd, aber wunderschön ist es doch. Das sind die neuesten Abenteuer von Gilligan auf Gilligans, Gilligans Insel. Das ist die neuesten Abenteuer von Gilligan. 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 Das ist die neuesten Abenteuer von Gilligan.